Wisst ihr, was ich hasse? Warten. Und wisst ihr, was ich liebe? Ja genau, Serien zu schauen. Nur hat mittlerweile fast jede Serie die Angewohnheit, mit einem extrem spannenden Cliffhanger zu enden. Und man muss dann ein verdammtes Jahr auf die nächste Staffel warten. Oder Netflix setzt die Serien dann nach einer Staffel unbeendet ab. Das nervt mich sowieso am meisten. Ich schaue eine Serie, lerne die Welt und ihre Charaktere kennen und dann denkt sich Netflix einfach, nope, das machen wir nicht weiter. Danke. Was aber auf jeden Fall weiterhin kommt, sind Videos auf diesem Kanal. Also abonniert doch. Danke.